Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein Eine-Woche-am-Arm-Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeit-Fazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen zu Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wenn ich mich noch mehr freuen soll, dann kannst du das erreichen, indem du kurz meinen Kanal abonnierst, falls es noch nicht geschehen. Oder aber am Ende des Videos, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben da lässt oder vielleicht sogar einen Kommentar. Mir hilft das ungemein und dich kostet es außer ein paar Sekunden gar nichts. Komplett umsonst und mir hilft es. Mein Langzeit-Fazit heute geht um die Circular Supersport. Eine Uhr, die Circular wie die letzten drei Modelle, drei oder vier Modelle, zusammen mit Kunden im direkten Austausch entwickelt hat. Und ich bin in diesem Prozess dabei gewesen, habe den begleitet, war im Uhrforum, habe mir das angeguckt, habe meine Meinung dazu geäußert. Und dann ist diese Uhr entstanden. Eine Uhr, die ein echter Superkompressor ist. Ich verlinke euch mein Review und meine eine Woche am Arm am Ende des Videos. Die geht sehr genau, da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Die ist von der Optik her deutlich größer als die 40 Millimeter, die diese Uhr gemäß technischer Spezifikation hat. Aber ich würde mich nicht mehr für dieses Modell entscheiden, weil die Ablesbarkeit der Kontrast doch relativ gering ist. Mit der gelblich gefärbten Leuchtmasse, den metallischen Zeigern, der hellen Leuchtmasse, dem silbernen Blatt, da ist die Uhr nicht wunderbar ablesbar. Sie ist ablesbar, man muss ein bisschen hingucken, aber nicht so auf die Schnelle und nicht so intuitiv wie bei anderen Uhren. Und ich würde mich vielleicht für die Petrolfarben entscheiden. Es soll jetzt noch eine blaue kommen, habe ich gesehen, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Vielleicht ist sie schon draußen, wenn dieses Video gesendet wird. Also die Uhr als solche, das Modell, der Tagekomfort, das Band, alles super perfekt. Ich würde mich jederzeit wieder für eine Supersport entscheiden, aber ich würde mich wohl nicht mehr für dieses Modell entscheiden. Ich meine, sie war sogar limitiert, aber da kann ich mir nichts für kaufen, wenn mich die Ablesbarkeit nicht überzeugt. Insofern, tolle Uhr. Ich bin mit der Uhr als solche zufrieden. Die Ablesbarkeit hingegen ist leider nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ich hätte es vorher wissen können, klar, ich habe das Design gesehen und ich habe ja nicht auch zum allerersten Mal mir Gedanken über eine Uhr gemacht. Da hätte ich also locker selber und im Vorfeld drauf kommen können. Ich habe es versucht. Ich ärgere mich deswegen auch nicht. Die Uhr kommt nur nicht so häufig an den Arm, wie sie es eigentlich verdient hätte und wie sie es wahrscheinlich tun würde, wenn ich sie besser, schneller und einfacher tagsüber ablesen könnte. Nachts ist sie wirklich sehr gut ablesbar, tags leitet das Ganze etwas.